Hallo zusammen, hier ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement Plattsturm und für dieses müssen wir den münzbetriebenen Meutelenverprügler bezwingen, nachdem wir Ledley, den Kühnen im Riesenflötz, auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwungen haben. Als allererstes sammeln wir hier nämlich erstmal die Cola auf, die vor dem ersten Boss rechts an dieser Säule dran ist. Und wenn wir die haben, dann müssen wir hier in den Raum reinlaufen und uns den kleinen Ledley raussuchen. Das ist nämlich einer von diesen Typen, die da oben drauf stehen. Die brauchen wir nämlich gleich, die müssen wir mittels unserer Cola gleich in den Kampf holen. Aber als allererstes müssen wir den Boss pullen. Pullen einfach den Boss hier zu den paar Hanswursten ran und dann setzen wir hier diese Cola ein und werfen sie im groben Bereich da oben hin. Ich dachte erstmal, man muss da genau treffen, weil er nicht gleich runterkommt. Aber das ist ein bisschen zeitversetzt. Einfach da in den groben Bereich rein, dann kommt der Typ mit runter. Und dann gilt es da einfach ein bisschen drauf zu erheben. Ihr solltet da ein bisschen aufpassen. Die hauen doch ganz gut rein, muss ich sagen. Haben aber nicht so eine Lichtfläche live, das sind alles Non-Elite. Also sprich, die gehen relativ zügig down, hauen aber ganz gut rein. Also ihr solltet da gucken, dass ihr die schnellstmöglich umbrezelt. Weil die euch auch irgendwelche gammeligen Debuffs und sowas geben. Hier unter anderem seid ihr betrunken, seht dann nicht mehr so richtig. Ist ein bisschen nervig, die ganze Geschichte. Und sobald ihr die ganzen umgehauen habt, könnt ihr den Kampf einfach ganz normal runterspielen und müsst eigentlich nichts mehr weiter beachten. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen mit dem kleinen Video-Guide weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.